Habt keine Angst, es gibt in dem Studiengang genug Möglichkeiten zu lernen und zu verstehen. Zeigt eure Offenheit und bildet euch ein gutes Netzwerk von Deutschen und Franzosen, damit ihr eure deutsch-französischen Kontakte habt, mit denen ihr die Leidenschaft teilt. Und seid gut gelaunt, denn in einem deutsch-französischen Studienprogramm läuft nicht immer alles perfekt, aber ihr habt die Möglichkeit, es zu eurer perfekten Erfahrung zu machen.